Herzlich Willkommen, liebe Freunde und oh mein Gott! Es ist Weihnachten! Es ist Weihnachten, liebe Freunde. Oh man, ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest heute. Hoffentlich kriegt ihr alle viele Geschenke. Alles klar, Obelix. Ja, ich hoffe, ihr seid bei eurer Familie. Wie auch immer ihr Weihnachten zelebriert. Vielleicht zelebriert ihr es auch gar nicht. Dann wünsche ich euch ein frohes Nicht-Weihnachten. Dennoch gibt es heute natürlich Asterix und Obelix. Und jetzt machen wir uns auf in die Bibliothek, von der der gute Spion in der letzten Folge gesprochen hatte am Ende. Und er sagt, ja, da gibt es gar nichts. Mhm, alles klar. Alles klar, ich habe die Ironie verstanden. Alter, hier gibt es ja für jeden Abschnitt einfach ein neues Musikstück. So, erstmal alles angucken hier. Da gibt es ein Schild. Da ist eine Multi. Da kann man Knopf aktivieren. Oh mein Gott, Knöpfe. Seit der Sache mit dem Knopf hasse ich Knöpfe. Überall. Deswegen, ich trage auch keine Kleidung mit Knöpfen. Weil ich immer versuche, sie zu drücken. So, da ist noch ein Knopf. Äh, ich habe einen Knopf gedrückt. Oh, noch ein Knopf. Äh. So geil, die Bibliothek. Einfach nur auf den Steintafeln. Oh mein Gott, die könnten wir alle für Watras mitnehmen. Ohne Ulti. Alles klar, let's go. Oben wäre noch eine gewesen, aber... Ja, vielleicht auch noch rangekommen, aber jetzt scheißegal. Ach, guck mal an. Hier ist noch eine Multi, aber keine Kisten mehr. Geil. Jetzt könnte ich mir die oben noch holen. Die drei oben, aber da komme ich jetzt anscheinend nicht mehr ran. Hier ist noch ein Knöpfchen. Ich hoffe ja, der Schatz ist ein Lorbeerkranz. Weil wir haben ja gesehen, da war dieses Horn. Wo immer die goldenen Helme rauskommen. Ich hoffe, der Schatz ist ein Lorbeerkranz. Oh, das klingt schon nicht ganz so gut. Da warten schon ein paar Römer. So, wie viel fehlt uns denn noch hier? Ein Knopf. Matze Knopf fehlt uns noch. Komm. So, ein geheimer Gang. Wo führt er hin? Bevor ich den Rest einsammle, hole ich mir hier noch die Multi. Es soll sich doch lohnen, Freunde. Ach, da komme ich gar nicht ran. Aber hier ist noch ein Schild. Wie komme ich an den Schild? Hier rüber? Oh, fuck, da rutscht der runter. Man. Wie komme ich denn an den Schild? Ah, warte mal. Ne, hier ist zu hoch. Oh, die Ansicht, ne? Warum kann ich nicht nach oben gucken? So, da. Oh. Fuck. Das reicht nicht, oder? Wie soll ich da rankommen? Da ist halt eine Plattform, wo man drauf stehen kann. Aber da komme ich doch nicht hoch. Oh doch, ich komme hoch. Nice. Okay, wir haben den Schild. So, kann ich jetzt die Helme mal noch nicht einsammeln. Ja, ich komme leider nicht dran vorbei. Und jetzt kriege ich, jetzt kriege ich die Multi. Na gut, hier sind ja auch noch Helme. Aber sag mal, fehlt hier jetzt noch ein Knopf, oder was? Da fehlte doch noch ein Knopf. Ja, nein. Zaufe Keulen, die kein Mensch braucht. Oh, geil. Da gibt es einen Sharp. Mal gucken, was ich einkaufen kann. Alter, ich habe auch noch die ganzen Kombos, die ich noch nicht wirklich ausprobiert habe. Mach mal auf. Grüße dich. Ja, mal sehen. Ja, Schild. Ich habe den schon ausgekauft. Jo, reingehauen. Da fehlt noch ein Knopf. Okay, also die gehen davon aus, weil hier so eine Stufe ist, dass ich ins Wasser gehe. Na gut, ich kann auch einfach reinfallen, aber vielleicht ist hier unten irgendwas. Vielleicht hat das was zu bedeuten. Dolten. Oh nice. 60 Rümmer. Ich schwimme hier erstmal eine Runde. Guck mal, da ist nämlich noch ein Schild. Es lohnt sich, Freunde. Einfach mal abtauchen. Vielleicht auch irgendwo noch ein Lorbeerkranz. Ne? Doch. Hier. 5 von 12. Nur noch 7 Stück, Freunde. Zack. Oh nein. Warte mal, wo ging es hier hoch? Da drüben. Hier bin ich schneller. So, okay. Wir haben hier ein Wildschwein. Alles klar. Das ist Bescheid. Komm, schieß doch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Erstmal den Scharf schützen. Jawohl. So, hab ich irgendwo erstmal die Lage checken. Erstmal die Lage checken, Freunde. Erstmal hier hoch. So, die Kollegen werde ich ja so nicht angreifen können. Und wo jump ich denn dahin? Alter. Jetzt warte ich mal erstmal die Kisten auf. Oh, ich liebe das. Wenn die Level zu viele Details haben, so. Ja, geil. Ulti. Schon wieder Ulti gesagt. Was ist los mit mir? Oh, da gibt es noch auf den Kisten. Komm, 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 komm. Helme. Ja, noch eine Ulti. Noch eine Ulti. Nice. Geil. Geil. Und keine Helme. Oh, ein Traum. Oh, ich liebe das. Naja. Was soll es? Also, wie kann ich die jetzt... Ups. Wie kann ich die denn jetzt angreifen am besten? Ich trau mich da gar nicht ran. In die Mitte kann ich nicht. Muss ich warten, bis die... Ah, warte. Und dann... Immer, wenn die die Speere einfarben... Nee. Das war nicht gut. Ah, fuck. Oh, mein Gott. Alter, die geben ja gut mit. Und jetzt. Und jetzt. So, meine lieben Freunde. Oh, guten Tag. Alter. Ich muss gleich mal das Wildschwein aufsuchen. Komm her. Wäre auch mal interessant, ob ich jetzt zum Beispiel die Kombo mit Idefix machen könnte. Aber wahrscheinlich nicht. So. Komm dran. So. Musik-Kollegen hier. Oh. Da kommen schon die langen. Uh, uh. Warum mache ich eigentlich keine Kombo? Zack. Zack. Und wieder aufladen. Zack. Da kannst du nämlich richtig krass absahnen hier, wenn du das richtig machst. So. Pass auf. Zack. Bam. Bam. Komm. Come on. Zack. Zack. Kommt her. 13 Kollegen noch. Da klopp ich mir noch mal ein Stück Fleisch raus. Ran mit euch. Nein. Was soll der Geiz? Boom, 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 boom. Come on. Geiz. Geil, da oben ist noch eine, oh Gott. Jetzt muss ich mich aber wirklich. Uh. Wo ist das Wildschwein? Wo ist das Wildschwein? Komm her, Mädel, gib mir dein Backenfleisch. Gib mir dein Backenfleisch. Oh, nein. Oh, Alter. Die müssen mich noch zwei oder einmal treffen oder so. Oh, die sind so schnell. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich muss mir dann fly. Ich komme nicht ran. Doch jetzt. Komm her. Komm her, Mädel. Rette mich. Jetzt. Gib ihm. Nein. Oh, Alter, was? Alter, ich muss nur noch einmal getroffen werden. Dann ist Feierabend. Kann ich... Boah, warte mal. Kann ich jetzt zum Händler zurück? Alter, ich kaufe mir ein paar von denen. Ich will jetzt nicht das alles nochmal machen. Guten Tag. Grüße Sie. Boah, hoffentlich resetten die dann nicht. So. Hoffentlich haben die jetzt nicht resettet. Ja, komm. Ah, die schotten dich, Junge. Nein, sie haben nicht resettet. Nice. So, Mädels. Jetzt kommt mal ran hier. Was war das denn? Habt ihr gegeben? Ist doch ihr langweilig, oder was? Oh, fuck. Alter. Die scheiß Gladiatoren. Komm her. Was willst du? Komm, jetzt du noch. Und zack. Feierabend. Aus die Maus. So, jetzt kann ich den Obelix bestimmt wieder reinlassen. Aber es fehlt hier noch ein Knopf in der Bibliothek. Wo ist nur der letzte Knopf? Wo ist nur der letzte Knopf? Ruckel macht sich einen Kopf. Er findet keinen Knopf. Da, 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 da. Die sind schon alle aktiviert. Irgendwo habe ich einen Knopf übersehen. Den habe ich schon. Kann auch sein, dass der letzte irgendwo da draußen ist, aber... Naja, jetzt wäre auch komisch. War das hier? Ist hier irgendwas? Nee. Hier war ich auch schon. Hm. Ich habe halt auch die Befürchtung, dass ich dann irgendwann nicht mehr zurück kann. Und ich will diesen Schatz. Da drum, nee. Hä? Ein Knopf fehlt hier noch. Mal von oben drauf gucken. K.A.P., Freunde. K.A.P. Die sieht man ja auch so... Rot leuchten. Die müssen... Aha! Oh mein Gott, da drüben. Okay. Da kommen wir von hier nicht ran. Da werden wir auch von oben nicht rankommen. Da müssen wir... Tricky. Tricky. Ja gut, von hier kommen wir auch nicht ran. Da rutscht der ja sofort runter. Hm. Hier komme ich ja nicht... Doch. Oh doch, hier komme ich durch. Okay. Alles klar. Weiß Bescheid. So. Pass auf. Ich kann ja doch... Ah, scheiße. Hier geht das natürlich nicht. Weil der Stein davor ist. Aber hier oder wo? Jawohl. Nice. Alles klar. Super. In die falsche Richtung. Egal. Jetzt kriegen wir den Schatz, Freunde. Jetzt kriegen wir den Schatz. So. Oh, nice. Das ist sogar ein Lorbeerkranz. Und jetzt fehlen uns nur noch sechs, Freunde. Cool. Na. Oh, nee. Jetzt muss ich wieder außenrum. Nice. Okay, sechs Lorbeerkranzer. Das beruhigt mich. Die... Das Griechenland ist ja noch ein Stückchen. Geht ja noch ein Stückchen. Vielleicht schaffen wir diesmal wirklich alle mit einem... Da ist ja noch ein Lorbeerkranz. Ja, einfach nur noch fünf Stück. Nice. Und gut. Aber krass, dass auch so viele da aufeinander sein können. Nice. Und jetzt sammle ich wieder... Leck mich doch. Spiel. So. Hier sind noch Küsten. Hier komme ich nicht hoch, oder? Okay. Ja, dann gehen wir weiter, oder? Würde ich sagen. Nice. Noch mehr Multis. Muss ich auf das Sprungbrett... ...des Todes. So, da hatte ich mir ja genau... Da hatte ich mir den... Ach, ich bin so blöd. Ja, hier geht's. Hier geht's nicht weiter. So, Freunde. Aber umgucken lohnt sich einfach. Ist einfach so, Freunde. So, Obelix hat nochmal einen Planscher gemacht. Let's go! Weiter geht's. Boim. Hihi. Ich sehe den Obelix von unten. Und zack. Und wir können speichern. Und der Droide pennt wieder. Zack. Warte mal, da ist eine Insel. Da gucken wir doch erstmal, Freunde. Mit Inseln kenne ich mich aus. Hier gibt's einfach mal ein Schild. Ich weiß doch Bescheid, Freunde. Ich weiß doch Bescheid. Und mehr nicht. Kein... Kein Lohbekranz. Damn. Damn, boy. So, wir schwimmen nochmal rum. Das war nämlich noch nicht alles. Ich... Ich weiß doch Bescheid, Freunde. Ich kenn mich aus. Im Griechenhaus. Jo, was geht denn hier ab? Bitte noch mehr Multis. Bitte noch mehr Multis. Bitte noch mehr Multis. Mehr Multis, bitte. Da ist noch eine 10er Multi. Alter, die... Oh mein Gott. Und noch eine. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Damn. Das lohnt sich jetzt richtig. Mehr Gold... Nee, da springe ich noch nicht runter. Mehr Multis. Mehr Multis, bitte. Oh mein Gott. Oh, verdammt. Die Muldi ist so gut. Schade. Na gut, aber wir haben zumindest die... Oben die goldenen Helme. Haben wir der Muldi gekriegt. Was für ein Kistenparadies. Alter. Herrlich. Herrlich. Ist eigentlich schade, dass kein Schnee liegt. Ich finde irgendwie so... Um diesen Weihnachts-Vibe zu generieren, brauchst du halt einfach Schnee. Oh, hier hätte es noch Multis gegeben. Gut, ich habe noch ein paar Kissen. Um diesen Weihnachts-Vibe zu generieren, brauchst du einfach Schnee. Ohne Schnee ist Weihnachten einfach nur zu 50% Weihnachten. Meine Meinung nach. Aber das willst du erwarten, ey. Der letzte krasse Schnee ist ja 10 Jahre her oder so. So, da sind noch Kisten. Wir springen gleich runter. Oh, hier werden noch... Egal. Wir haben genug Kohle, Freunde. Und da ist auch noch ein Lorbeerkranz. Warte, wir brauchen nur noch vier Stück. Ich glaube, wir haben bis jetzt alle eingesammelt. Würde ich mal behaupten. So, ich glaube, wir haben alles eingesammelt da oben. Zumindest den Lorbeerkranz, das ist das Wichtigste. Und dann speichern wir mal. Und dann geht es auch noch weiter. Wir haben ja noch 10 Minuten. Läuft doch ganz gut. Aufwachen, Nackenschelle! So, speichern. Let's go, weiter geht's. Zu ihr Händen ist eine Muldi. Kommt her! Kommt ran hier. Ran an Sarg und mitgelacht. Einer der... Oh, da gibt's einen Muldi. Noch nicht einsammeln. Komm. Der Scharfschütz! Nee, nee, nee. Komm, Freundchen. Komm, bleib mal hier. Bleib mal. Bleib... Du Arsch! Zack. Noch mehr Römer? Nee? Da. Du kassierst, Junge! Hä? So. Noch mal die Kisten auf. Obwohl, ich muss ja erst mal die Multis einsammeln. Da ist noch eine 3er-Multi. Unten ist 10. Noch irgendwo was. Die sind noch auf den Kisten. Was ist hier? Da müssen wir nachher den Asterix durchschieben. Beziehungsweise ziehen. Was ist da unten? Helme. Helme, Helme, Helme. Okay. Aber ansonsten keine Multis. Okay. Let's go. Hauken Kisten, Alter. Okay, also hier erst mal die Multis. Dann die 3. Da hinten. Und dann machen wir die ganzen Kisten kaputt. Und da sind noch Römer. Ja, ja. Multis. Bitte noch irgendwo eine Multis. Irgendwo. Bitte. Bitte. Nein. Schau mal. So. Was ist denn da unten? So, da kann ich ja runterspringen, oder? Da dürfte mir ja nichts passieren. Ja, da kann ich runter. Da brauchen wir einen Obelix für. Der Asterix hatte Rücken. Deswegen kann er die großen Steine nicht machen. Was hat ich denn hier noch schicken? Ein tristes Gewässer. Wir schwimmen hier in der Kläranlage von Griechenland. Da ist purer Urin hier. Das ist auch wie Zaubertrank. Kisten, Kisten, Kisten. Wer stapelt hier die Kisten mit Römerhelmen? Und warum? Da leuchtet es noch. Gehen gleich. Guck mal, genau. Alter, nur noch drei Lorbeerkränze. Digga, die finden wir alle. Ich höre eine Schafschützen. Aber ich mache mich nicht nervös. So, da sind wir hier. Geht's da weiter? Ich weiß nicht, ob es da weitergeht. Wir werden wahrscheinlich nicht mehr hochkommen. Deswegen, ich gehe mal noch nicht da lang. So, jetzt ziehen wir aber einen Asterix da durch. Nachdem ich hier die Kisten kaputt gemacht habe. Gleich geschafft, Freunde. So. Zack. Zack. Okay. Halt. Nein. So. Wo war das Ding? Da hinten. Da hinne. Da leuchtet noch irgendwas. Was leuchtet da noch? Oh. Guten Tag. Alter, die haben ja auch eine Taucherbrille an und einen Schnorchel. Nice. Sehr gut. Hat er das Schafschütze? Junge. Der feuert ein paar Salven ab, um uns abzuschrecken. Aber nicht mit mir, Junge. Oh, da ist er. Schnell. Gleich rauf da. Wo ist er? Wo ist er hin? Oh, der sich jetzt wieder verpisst, oder was? Wo ist er? Warte mal, hier kommen ja die Römer nicht hoch. Da. Der trifft mich durch die Kisten durch? Ach, komm. Wo ist er jetzt schon wieder? Nein, Alter. Du Arsch, komm her. Ja, ja, Mädels. Ja, ja, komm. Komm, Mozeit. Komm. Komm, Mozeit. Komm, Mozeit. Komm, Mozeit. Oh, der Arme. Spicy Idefix. Ist natürlich nice, wenn du in so einem richtig fetten Kampf bist und dann C drückst, ne, dann verlieren die halt ihre Waffen. Bum, bum, bum. Die Maulwurfkommung muss ich unbedingt mal probieren, aber die war so elendig lang. Die hat irgendwie auch nicht funktioniert, glaube ich, wo ich die mal probiert habe. So, jetzt steigen wir aber endlich in das Ding ein. So, let's go. Obelix! Jetzt werden wahrscheinlich wieder tausend Römer angeschissen kommen. Ist mir aber egal. Ich lauf einfach um die rum. Komm. Ja, ich hör hier schon mit. Ja, ja. Ach, jetzt steht die selber da auf der Klappe. Oh, fuck. Jetzt wäre ich fast reingefallen. So, jetzt probieren wir das mal aus. Ey, der Idiot steigt da se... Ach so, verstehe. Das soll... Das ist für mich gedacht hier. Scheiße. Oh, Alter. Ich krieg die da nicht rein in die Falltür. Come on. So, wo ist Asterix da? Come. Come, come. Uah. Römerchens. Was ist das? Komm. Komm, komm, komm. Jetzt müssen wir das Ding hier... Ah, ziehen. Okay. So, weiter geht nicht. Ich denke mal, das müsste reichen. Was kann ich jetzt hier hochkloppen? Hä, und nun geht es hier weiter, oder was? Ja, aber warte mal. Und da unten sind noch Römer. Und da hinten ging es dann auch... Alter, fuck. Wir müssen noch mal... Wir müssen noch mal runter. Ich muss den Asterix da noch mal... Ich will da noch mal hin. Wat war da? Und wat ist hier? Hier können überall Lorbeekränze sein. Versteht ihr, Freunde? Ich muss das tun. Da geht es nicht mehr weiter. Das Let's Play soll ja auch dazu dienen, dass andere... sich das angucken können, wenn sie mal nicht weiterkommen. Und da will ich alles zeigen. Da will ich jeden Lorbeerkranz zeigen. Da will ich zeigen, wie man an die Knöppel kommt. Und da sind noch Kisten, Freunde. Guckt euch das an. So, pass auf. Zack. So. Okay, das war es hier. Jetzt will ich noch mal zu der einen Stelle da. Wat war das denn? Hier, wo es hier lang ging. Wo war das hier? Hier war das. Hier führt doch nicht... Ohne Grund... So ne... So ne Dings hoch. Ja, aber wo geht es denn jetzt weiter? Alter, geht es jetzt hier weiter oder was? Oh, ich hätte noch mal speichern sollen. Ich komme nicht mehr zurück. Ich komme nicht mehr zurück. Das ist so mies. Das ist so mies. Das ist so mies vom Spiel. Jetzt muss ich noch mal sterben. Damit ich noch mal... Oh, willst du mich eigentlich verarschen? Ich gucke mal eben ganz kurz, wo ich hier lang komme. Oder ist das hier ein Bonus? Ist das hier ein Bonus? Komme ich da vielleicht wieder zurück? Alter Spiel. Das triggert mich. So, wir machen das jetzt noch. Komm. Komm, Mädels. Mehr von euch. Zack. Zack. Das könnte auch hier so ein Bonus-Eckchen sein. Habe ich mich ohne Grund aufgeregt. So, ich könnte natürlich jetzt die Multi da einsammeln. Und dann die Römer erledigen. Da würde sich vielleicht sogar noch mehr lohnen. So, kommt ran. Mehr. Mehr, mehr, mehr. Kommt, kommt, kommt. Ja, mit euren Helmen. Zack. Bam. Zack. Uh. So, ran hier. Noch zehn Römer. Oh, jetzt geht's los. Nein, nicht der. Seine scheiß Dreier-Kombo hier. Komm. Abflug. Oh, wo oben noch ein Schild. Nein. So, jetzt wird gleich nochmal. Ja, ja. Wo ist der Löwen-Bändiger dazu? Da. Komm ran. Schlage zu. Nein, jetzt hat er mich noch gekriegt. So. Hier gibt's nichts mehr. Auch kein... Auch kein Lorbeck-Granz. Jetzt bin ich gespannt, ob wir jetzt wieder zurückkommen oder ob's hier weitergeht. Ich will aber ganz kurz gucken, Freund. Ich hab immer Angst, dass wir die Lorbeck-Grenze übersehen. Da sind nur Schmetterlinge. So, wir laden das Leben mal auf. Obwohl wir bei jedem Speicher... äh, Speicherpunkt immer das Leben noch aufgefüllt kriegen. Also die drei Schilder. Das ist ganz witzig. So. Wir kommen also wieder zurück. Puh. Hui. Oder? Lobbe-Kranz! Alter. Okay, Freunde. Wir sind... Nice. Wir sind wieder zurückgekommen. Puh, puh, puh. So, ich würde sagen, die Zeit ist rum, Freunde. Wir speitern hier. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein restliches frohes Weihnachtsfest. Ein paar schöne Feiertage. Ich hoffe, ihr müsst nicht arbeiten und habt frei. Könnt bei euren Familien sein. Ich bedanke mich nochmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann morgen am 25. zur nächsten Folge Asterix und Obelix. Macht's gut. Bis dahin. Tschüsschen. 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 Vielen Dank.